Kurz erklärt, PvP 3 gegen 3, Guild Wars 2, Burn, Guard und los geht's. Sprecher, 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 Sprecher. Sprecher, Sprecher. Sprecher, Sprecher, Sprecher. Sprecher, 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 Sprecher. Sprecher, 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 Sprecher. Sprecher, 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 Sprecher. Sprecher, Sprecher, Sprecher. Sprecher, 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 Sprecher. Mein Englisch ist voran erinnert, ja da ist auch ein Erwiesn, alle ätzend. Eigentlich sind alle netzend, ätzend. Okay. Ich glaube jetzt der Fokus war super, damit hat er nicht gerechnet, der Revenant, mein ich. Weil sonst können die doch eigentlich auch immer sich ganz gut gegen, gegen. Oder nicht. Also für mich sind die Revenants immer so ein bisschen die Angstgegner, weil ich keine Ahnung habe, wie man die PvP spielt. Also so richtig keine Ahnung. So richtig keine Ahnung. Ich bin echt glücklich. So richtig Create. Ganz möglich. Okay, jetzt werde ich gerade getarriert, nur für den Fall, dass ihr euch denkt, hä, wie geht das jetzt hier nochmal gewinnen, weil die beiden machen das hier gerade vollkommen krass. Und da mal so ein Target-Wechsel mittendrin, der war jetzt auch nicht so hilfreich, aber das hat die nicht irritiert, die haben einfach weiter auf den anderen Target gemacht, war illegal und haben die noch direkt weg... getoot... nicht daran, nicht das... by the way... e-mots sind unstored. Ich würde es nicht wundern, wenn ich's abschneiden. Detox heißt doch nicht giftig.